Seid gegrüßt meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eilardom zu einem neuen Z-Log. Ich denke mal, ich schmeiß das irgendwann mal dazwischen, falls ich mal irgendwie was brauche, wie das etwas auf Lager habe und dachte mir, vielleicht mache ich mal irgendwie ein React-to-Video dazu, irgendwie halt ein Z-Log, in dem ich halt ein bisschen was dazu sage, zu den Videos, die halt größt beliebt sind. Ihr könnt es euch auch mal öffnen. Ich werde ein paar Screenshots zeigen und werde halt auch ein bisschen darüber reden. Und ja, ist es öffentlich zugänglich, diese Seite, kann man einfach auf Videos klicken. Also wenn man auf meinem Kanal ist, gibt es ja die Optionen Übersicht, Videos, Playlist, Kanäle, Diskussion, Kanal, Info und eine Lupe, in der man was suchen kann auf dem Kanal. Ja, und natürlich den Abonniert-Button, dort kann man abonnieren. Und ja, da geht man dann einfach auf Videos und dann gibt man in einer Suchleiste hinzugefügt nach, also hinzugefügt am Alt nach Neu, hinzugefügt am Neu nach Alt müsste eigentlich bei euch hinzugefügt am Neu nach Alt eingestellt sein. Deshalb müsst ihr das dann umstellen auf größte Beliebtheit und schon habt ihr diese Playlist, habt ihr schon, nein Playlist ist es nicht, aber eine Anordnung von Videos, die halt auf meinem Kanal am meisten geklickt sind und das finde ich immer ganz nice zu sehen. Ja, da werde ich heute mal durchklicken. Ja, habe ich schon die ersten 5 Minuten des Windows verschwendet. Ja, verschwendet würde ich nicht sagen. Ich mache das hier, weil ich sowieso gerade ein Video hochladen muss. Das ist eine Rohdatei, das ist bei mir immer so ein bisschen knifflig mit meinem Schnittprogramm, das tickt immer aus und wirft eine Datei raus, die es nicht verarbeiten kann. Und dann habe ich immer so einen Trick gefunden, das auf YouTube hochzuladen als Rohdatei und dann mal zu downloaden, da hat man das, dann funktioniert es irgendwie wieder. Das ist bei mir irgendwie so, das ist hier mal ein Screenshot. So sieht das dann bei mir aus, da lade ich das dann als Rohdatei als nicht gelistet hoch und dann kann ich das downloaden und dann klappt das mit dem Schnittprogramm, aus was auch immer für welchen Gründen. Aber dann habe ich halt irgendwie immer eine Stunde Zeit irgendwie, um halt, ja, Sachen zu machen, da kann ich halt dann nicht schneiden, weil halt die Hälfte des Videos halt irgendwie dann noch fehlt. Ja, los geht's mit den Videos hier in größter Beliebtheit. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch reinschneide, aber ich habe jetzt schon wahnsinnig viel drumherum gelabert um den heißen Brei. Muss ich mal gucken, wie ich das schnipple. So, als erstes haben wir hier den ersten Advent. Das war ein Video, das hat mich selbst wahnsinnig überrascht. Ich habe vor zehn Monaten, steht das dort, ich habe zum ersten Advent ein Video gemacht, in dem ich einfach eine Kerze angezündet habe. Ich habe mir so einen kleinen Adventskranz aus Teelichtern irgendwie so, ja, Teelichter sind es nicht, aber so kleinen Kerzchen gebastelt. Und habe dann dort mit einem Streichholz zu weihnachtlicher Musik ein Kerzchen angezündet. Am ersten Tag schon tausend Aufrufe bekommen. In der ersten Stunde hatte das schon tausend Aufrufe. Und in 24 Stunden hatte das dann hier 3850 Aufrufe erhalten. Das hat dann später noch drei Aufrufe dazu bekommen. Das hat jetzt 3853 Aufrufe. 3800 in fast 4000 Aufrufe in der ersten 24 Stunden. Das hat mich fast umgehauen. Das ist nicht nur fast, das hat mich wirklich umgehauen. Ich glaube, das habe ich auch in meinen Videos erwähnt. Das ist halt wirklich mit Abstand das meistgelegteste Video auf meinem Kanal. Damit ihr auch mal einen Vergleich kriegt, damit ihr auch mal irgendwie versteht, wie verwirrend das für mich ist und wie sehr mich das umhaut, guckt euch die Aufrufzahlen von zweitgeklicktesten Video an. Das ist schon sehr viel, aber Tomodachi Live Part 7, Domenten, nur die Flirtgranate. Keine Ahnung, warum das euer meistgeklicktes Video ist, warum ihr das so mögt. Das ist ein sehr frühes Display, da die Qualität von diesem Video ist sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, warum das überhaupt dahin gehört, aber es ist halt irgendwie drin. 507 Aufrufe. Sehr, 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 sehr viel für meine Gehalten. Das ist aber im Vergleich zu den 3.800, ja, könnt ihr verstehen, warum ich so geflasht war von den 3.800. Vor allem die 500 von dem Tomodachi Live Video, die kam ja mit den Monaten. Das kam ja nicht so in den ersten 24 Stunden. Die Aufrufe kommen ja erst. Die Aufrufe entstehen mit der Zeit bei mir. Das ist ja nicht unbedingt am ersten Tag. Ich glaube, das war zwischendurch mal auf 300 oder auf 200 sogar. Das ist halt, das entwickelt sich halt. Auf Platz 3 mein absoluter Favorit, den ich sogar gerne auf Platz 1 sehen würde. Nie war Anna Walldorf. Ja, hallo. Kein Schwester von Josi, oder? Ja. Hey. Wollt ihr mich zu dir setzen? Ja. Genau. Schule ist bei uns genauso anstrengend irgendwie, aber... Überna Walldorf ein großes Filmprojekt, ein großes, kleines Filmprojekt. Ein Kurzfilm, den ich für Zwergenfürst LP, naja, nicht für Zwergenfürst LP, aber auch auf Zwergenfürst LP gemacht habe. Ein ganzes Jahr hat es genau diesen Spielfilm fertigzustellen. Es ist nicht wirklich ein Spielfilm, aber es ist was anderes als ein normales YouTube-Video. Also dauert 21 Minuten und 41 Sekunden, wenn man es genau haben will. Und ja. Ist ein gigantisches Projekt, was halt dann in so einem kurzen Video mündet. Viel würde ich dazu nicht mehr sagen. Habe ich schon viele Videos drüber gemacht. Schaut euch die Videos an, die ich darüber gemacht habe. Ein relativ neues Video. Ich glaube, das ist bei Nummer 6 in meinen privaten Trends. Der Wahl-Oma zur Bundestagswahl 2017. Das hat mich auch geflasht, dass das so gut getrendet ist bei mir. Das ist 196 Aufrufe jetzt, vor einem Monat. Und ja, pretty nice. Ich sollte nicht Englisch sprechen, weil das ist ziemlich nicht nice. Ja, aber sehr gut, dass das sehr toll geworden ist. Wie gesagt, das hat sich auch entwickelt. Das hat, glaube ich, auch einen Monat gebraucht, bis es 100 Aufrufe bekommen hat. Fast 200. Aber mir geht es ja nicht um die Aufrufe. Nein, wirklich nicht. Aber ich finde es so toll, dass so viele gucken. Das ist es. Das ist, was mich an den Aufrufen begeistert. Wenn halt wirklich fast 200 Leute mein Wahl-Omaat-Video gemacht haben, ist das schon wirklich nice. Und wirklich davor noch auf Platz 5 ein großes Paket auspacken. Mein erstes Video auf YouTube. Das finde ich auch toll, dass das so gut ankommt. Mein erstes Video auf YouTube. Ja. Das ist auch schön, dass das meist geklickt ist. Ja, meist geklickt nicht. Meist geklickt ist 1. Advent, aber ja, unter dem Top 5. Ja, Mithopia, hier kommt schon der erste Mithopia-Part. Mithopia-Part 7, Prinzessin Katja und der Opa von nebenan mit 99 Aufrufen. Einen Aufruf brauche ich darauf noch. Einen Aufruf brauche ich hier noch auf Mithopia-Part 7. Also das geht gar nicht, dass ihr das bei 99 Aufrufen lasst. Also, einer klickt jetzt, einer von euch klickt jetzt noch dieses Video. Das ist klickgeil. Nee, Spaß, das ist, macht, was ihr wollt. Aber es ist nice, dass Video Mithopia 7, das ist Prinzessin Katja, ist es, ja, Mithopia. Ich sehe hier in den beliebtesten Videos, dass Mithopia einfach geil bei euch ankommt. Das freut mich auch so, dass es, hier ist schon der erste Part von Mithopia auch sehr weit oben und Mithopia 31 finaler Kampf gegen den dunklen First Julian. Hier ein letzter Test von Mithopia Part 1, der erste Part mit der Demo-Version sehr weit oben. Das ist auch immer nice, wenn man sieht, dass ein Projekt ankommt, dass es halt auf Dauer dann geguckt wird, hat zwar am ersten Tag dann halt nur ein oder zwei Aufrufe, aber halt in den nächsten Tagen kommt dann halt irgendwie immer was dazu und dann, wenn dann Part 1 von Mithopia 89 aufrufen vor zwei Monaten hat, ist das schon Erfolg für mich, ist das, ja, da ist auch Lego Star Wars hier ein Part, relativ weit oben mit 83 Aufrufen, die Sommertour, die kam auch immer wahnsinnig gut an. Hier Marmeladenoma Videos, die Playlist mit den Marmeladenoma Videos, die Zwergi Reacts to Marmeladenoma, ach ja, die Marmeladenoma, hier haben einige Vlogs, Vlogs scheinen bei euch sehr beliebt zu sein, keine Ahnung warum Vlogs von dem Let's Player beliebt sind, verstehe es nicht, das ist eigentlich, als ich meinen ersten Vlog gemacht habe, habe ich eigentlich erwartet, dafür Hate abzubekommen, aber na gut, eure Sache, ich habe erwartet, dass man da sagt, was, bist du jetzt Let's Player oder bist du Vlogger? Und bitte, Warfnews habe ich auch lange nicht mehr gemacht, kommt demnächst mal wieder einer für Oktober, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video irgendwie gefallen haben, scheinbar gefällt es euch ja irgendwie, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Salzlog mehr, wenn ihr euch das verpassen wollt, ihr habt euch wohl und haut runter, ciao! Bis zum nächsten Mal!